Das sind keine Delfine. Das sind Wale. Papa? Ja? Weiß ich nicht. Also eins kann ich sagen. Blau-Wale sind es nicht. Nein, das sind kleinere Wale. Also die kommen bestimmt von ganz hinten. Schade. Papa, die sind die Linien dahinten. Sie sind da hinten. Ganz viele. Sie sind die Linien, die da beschimpft und schimpft. Herr Maas, vielleicht können wir mit einem Fischer fahren. Ja, da ist kein Fischer hier. Da drinnen, ja. Wie soll ich sie denn holen? Ja, runterfahren. Da kann man auch mit dem Auto.